Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Multiplayer. Die Story läuft inzwischen auch schon bei meinem Channel, ist bald durch. Ah, wir klettern im Rang allmählich nach oben, das ist ganz, ganz fein. Es wird ganz dolles. So, dann wollen wir doch mal. Was gibt es hier überhaupt noch? Suchen zerstören, Herrschaft. Nehmen Sie angehende Positionen ein und halten Sie sie, um zu punkten. Mh, könnten wir natürlich auch mal machen, ne? Ja komm, spielen wir mal ein bisschen Herrschaft, ne? Wollen wir doch mal sehen, ob wir das da irgendwie ein bisschen auf die Reihe kriegen. Weil eigentlich, eigentlich so ist das für Camper müsste das sein. Da muss man nämlich hier so einen Punkt einnehmen. Und den halten, desto länger du den hältst, desto mehr Punkte kriegst du. Wenn du alle drei auf der gesamten Karte hältst, kriegst du ja automatisch mehr Punkte als dein Gegner-Team. Wenn beide einen halten, no, no, no. Also ungefähr gleich, ne? Dann nehme ich die hier. Flup. Hardcore Herrschaft. Die Hardcore Herrschaft, ja. Wir herrschen. Überall. Über alles und jeden. Oder so. Los geht's. Abmarsch, Abmarsch, Abmarsch. Okay. Ah, toll. Ist der Enemy noch genau ins Schussfeld gelatscht. Dumm, sowas. Ja, toll. Schon wieder. Kacke. Kriegen wir doch keinen Abschuss. Wir gewinnen den Kampf. Wir haben ihn verloren. Ah, den habe ich aber. Da drüben, Aktivität. Das waren zwei. Ah, von hinten. Der kam von hinten. Warte mal, machen wir folgendermaßen. Hier. Wir werden mal ein bisschen rumgedampft, ne? Und dann. Na. Ich seh dich doch. Sehr gut. Und kämpft. Wo ist er denn? Ah, von hinten. Du Arsch. Ja, der ist doch noch da. Ah, toll. Ist doch kacke so. Ah. Wie sieht das punktemäßig aus? Aber gleich. Da krieg ich dich ins Visier da oben? Na komm. Ich hab dich doch gesehen. Na los, zeigt euch. Ihr Hunde. Gut, da rücken wir einfach mal ein bisschen weiter mit vor. Ah. Hat er schnell die Pussy gewechselt da hinten. Komisch, dass er nicht sofort umgefallen ist. Hab ihn nur anscheinend nicht richtig getroffen. Ich werfe eine Granate. Ja, gute Idee. Meist mal Raub da oben. Das kann ja jeder. Werfe eine Granate. Raub weg. Das ist nur meine Teamkamerad. Wir haben die Führung. Ja, nice. Haben die Führung. Toll. Sie erobern Baker. Das ist schon doof. Wo denn? Ah, da schon wieder. Das hat er schon mal gemacht mit mir. Der kleine Vogel. Granate geworfen. Baker ist verloren. Ah, toll. Mit seinem Scharfschützengewehr. Aber ein paar Schüsse gebraucht. Noch drei oder vier Stück. Sehr zielsicher ist er ja nicht. Na los. Kommt nur her. Ja, toll. Das war natürlich jetzt nicht beabschiedigt, dass ich meinen Teamkameraden mit wegballe. Ja, level 8. Nice. Nein, nicht LMG. Können wir nochmal den machen? Fluck. Kommt nur noch mehr. Nein, jetzt muss ich nachladen. Oh, oh. Fluck abgeschlossen. Able wird abgeriegelt. Baker wird gesichert. Wir verschanzen uns bei Able. Oh, Alter. Durchs Fenster. Scheiße. Vorräte unterwegs. Schützt die Abwurfzone. Oh, wir haben A eingenommen. Voll in den Kopf, Alter. Halbzeit. Oh, gerade wo ich noch einen Visier hatte. Oh, die haben mehr Punkte als wir. Scheiße. Mehr Punkte als wir. Hm. Hardcore Herrschaft. Aber wir sind nicht viele Punkte zurück. Ausrücken. Schaltet den Feind aus. Wir erobern Charlie. Plong. Das geht schnell. Der Feind kontrolliert Able. Werfe eine Granate. Bei der Winde. Na. Granate geworfen. Komm schon. Ich glaub, den er zerwischt. Baker wird gesichert. Oh. Ey, von hinten. Schwein. Fuck, vorsteck. Oh, schon wieder. Toll. Aber der ist jetzt wie es ist weg. Der Vogel. Alter, das ist nicht wahr. Ja, hier komm. Friss mein Rauch. Bengel. Oh, Alter. Dann kommt da erst einer rum. Alter, das ist doch nicht wahr. Los, komm. Zeigt euch. Baker wird gesichert. Hä? Das war einer von uns? Da war aber kein Name dran. Da war gar kein Name dran. Da war gar kein Name dran an dem. Toll. Toll. Alter, das ist nicht hier. Verreckt, du Sau. Ey, ich lass mich nicht gerne abknallen. Da guckt, der hat auch jetzt keinen Namen, aber da wusste ich schon, der gehört zum Dingens. So. Vogel, dich hab ich gesehen am Fenster. Abel wird gesichert. Ich darf eine Granate. Hm, kommt da noch was? Na, komm schon. Nee. Ich wusste, früher oder später kommt da noch einer. Ah, von oben. Na, hast du gemerkt, ich lieg da, ne? Ja, ja. Alles okay. Ah, bist du noch oben? Kollege Schnürschuh. Nice. Müsste ich ja jetzt theoretisch. Von hinten. Drecksau. So nicht. Oh, toll. Noch einer. Aufklärung in der Luft. Charlie wurde überrannt. Gegenangriff. Sie nehmen Baker ein. Hat mich gerade schon gewundert. Oh, ich hab hier noch... ...die kleine Knirre. Banker wurde überrannt. Feindlichen Flammenwerfer gesichtet. In Deckung. Charlie wird gesichert. Ah, war klar. Ja, ist schwierig, so was einzunehmen, wenn man alleine hinrennt. Das ist gar nicht so leicht. So nicht, Kollege. So, Artillerie. So, Artillerie. Guck mal hier. Bams. Dann hab ich noch das nette Gerät hier. Ja, weil wenn man hier so alle einfach hier hinten hängt, ne? BAM! Oh, was? Oh, da hab ich noch einen von uns mit erwischt. Das ist doch doof. Kacke. Mäh. Ja, toll. Nur weil da noch einer von uns mit rumgerannt ist. Kann ich ja nicht sehen. Ich seh doch nur die Feinde, wenn ich die Dinger runter schieß. Ja. Komm. Lass mich wieder mitspielen hier. Lass mich wieder mitspielen hier. Hä? Baker wurde überrannt. Okay. Ah, Niederlage. Schade. Ja, aber es war recht knapp. Also es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, würde ich mal dazu sagen. Also es war schon recht knapp. Die recht knappe Geschichte. Ich hab auch einigermaßen Abschlüsse mit rausgeholt. Gut. Schwierig. Hier. 21 Abschlüsse. Ja, gut. Zwar 20 Tote, aber dafür zwei Eroberungen und eine Verteidigung. Kommt noch mit dazu. Aber der eine da oben, Alter. 53 Abschlüsse. Heftig. Heftig. Heftig, heftig. Muss ich ja ganz ehrlich dazu sagen. Komm mal, er verteilt wieder die Kisten nicht. Also das heißt, ja. Man kriegt einfach keine Kiste. Na ja, was soll's. Siehste, da haben wir 3000 Punkte da. 5000 Punkte da. Sind wir bei Level 47. So, Freunde. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Also ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao mit Vau.